moin leute was geht hier ist wieder euer geist in dem heutigen video möchte ich euch einen neuen glück zeigen mit dem ihr unter die map kommt und alles was ihr dafür braucht ist ihr müsst den strom schalter aktivieren und euren etha schleier auf stufe 3 haben das heißt ihr müsst ein kontor level von mindestens 39 haben weil diesen etha schleier braucht ihr und ihr könnt nebenbei zwei visitenkarten freischalten zum einen die social distancing das heißt ihm ist ohne ein hit zu bekommen die runde 20 erreichen geht mit dem glitsch ganz ganz einfach und zum anderen die visitenkarte gut genug dort müsst ihr die runde 20 erreichen mit euren standard loadout das heißt mit der klasse die mit der jen spiel kommt ohne die zu verbessert haben oder sonstwas das ist sehr sehr einfach leute in diesem glitsch wie ihr seht ich bin schon unter 18 und ja ich zeige euch jetzt wieder rein kommt ihr geht zur absturz stelle zu diesem baum stellt euch genau so davor wie ich und dann zieht ihr auf diesen baum hier in der mitte diesen kleinen und aktiviert euren etha schleier wenn ihr das dann nun gemacht habt dann seid ihr in diesem glitsch leute so und falls ihr keine munition mehr habt könnt ihr einfach hier zur munitionskiste unterm flugzeug und euch immer wieder eure munition nachkaufen das heißt ihr werdet unendlich munition haben hier könnt ihr auch waffen leveln oder einfach so auf xp gehen oder worauf ihr halt bock habt um hier wieder raus zu kommen müsst ihr einfach wieder euren etha schleier aktivieren und ihr seid wieder aus dem glitsch draußen leute so das war es dann auch mit dem video ich hoffe ich habe das video gefallen falls ihr schreibt mir doch in die kommentare lasst ein like da und für all die die neu hier sind noch kein abo bei mir haben können das gerne an dieser stelle ändern ansonsten ciao und bis zum nächsten video